Donau 3 FM Guten Tag und willkommen auf dem Ulmer Kreuzfest, meine Damen und Herren. Der ein oder andere Hörer mag sich vielleicht noch hin. Und letztes Jahr durfte ich hier auf so einem Irrsinnsdreh-Gravitationsgedöns irgendwelche Sachen essen. Ich musste nicht mehr noch die Schwörrede rezidieren. Wirklich was, kriegst du was? Du kriegst Zuckerwatte. Ja, das mag ich. Du kriegst einen Slush, einen Eisslush. Es ist geil, es ist geil. Und Eis. Und du bekst Eis so viel du bist. Das finde ich super. Aber, du darfst das alles in der Wasserbahn essen, in der Wildwasserbahn. Mir ist jetzt so schlecht. Was willst du jetzt da? Nein. Danke, und was mache ich jetzt damit? Essen. Wie essen? Wann soll ich das? Wann soll ich das essen? Das ist doch Scheiße. Echt? Ich hab's gerettet. Mein Zuckerwatte. Mein Zuckerwatte. Bleib da. Zuckerwatte, bitte. Mein Zuckerwatte. Da hast du dein Ding. Ja? Was ist das? Eis da. Und das andere? Wie ist das? Wie kommt das? Was ist das? Oh. 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 Herr Freddy. Voll! Vollred ich mein Eis! Das finde ich überhaupt nicht lustig. Wie ich aussie. So sitz ich mich nachher in mein Auto rein. Ich bin bis auf die Unterhose mit Schokoladeeis voll. Endlich was zum Trinken. Nimm dein Eis. Ich hab das Eis auch noch. Leicht! Hälfte, wo soll ich mein Eis voll? Nimm das Eis! Nimm das Eis! Nimm das Eis! So. Und jetzt ist aber Schluss. Ende. Aus! Freu mich jetzt! Ich hab Angst! Ey! Jetzt hab ich... Aber die Schnauze... Komplett voll. Ich seh aus wie ein Sau! Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das könnt ihr sagen. Das letzte Wort... Morgen früh bin ich als erstes beim Chip. Und dann sehen wir was gelaufen. Ja! Ich höre das auch jetzt mit der Pilmerrecht. Wie aussieht!